was geht herzlich willkommen zu diesem video und heute zeige ich euch wie ihr eure flugzeuge jets helikopter whatever überall und zu jeder zeit anfordern können das ist komplett soli braucht keine kollegen gebraucht einfach nur einen hangar mit den flugzeugen jets helikoptern und dann braucht ihr noch ein ceo gebäude welches ist egal in meinem fall habe ich jetzt eine mace bank die könnt ihr auch besitzen komplett egal ja ihr begibt euch einfach nach draußen und registriert durch ganz einfach als ceo seid ihr nun ceo dann macht ihr es folgendermaßen die fordert jetzt über eure luftfahrzeuge irgendein luftfahrzeug an und das muss danach wenn er es gemacht hat sehr 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 schnell gehen ich habe mich jetzt für eine hydra entschieden fürs erste mal ich fordere jetzt hier meine hydra an öffnen interaktionsmenü jetzt auf ceo fahrzeuge und fordere irgendein ceo fahrzeug direkt an es ist egal ob die kostenlos sind oder was kosten das ist komplett egal ja das so so soll es auf jeden fall jetzt aussehen sagt die hydra ist in meinem fall jetzt direkt bei mir gespawnt ja für alle die es noch nicht verstanden haben wie das ganze funktioniert hier kommt jetzt noch mal eine zweite erklärung für euch wir machen das ganze jetzt wie folgt wir holen uns jetzt in meinem fall hole ich jetzt mal eine weg wir öffnen sofort wieder interaktionsmöglichen auf ceo fahrzeuge und holen uns ein ceo buzzard oder irgendein auto egal ob die geld kosten oder nicht ist komplett egal ihr werdet ihr zu sehen dass sie direkt neben euch sporn wird sagt sie ist auch schon gespawnt das ist der ganze glitsch sollte immer noch irgendwas unklar sein schreibt in die kommentare ich versuche euch so gut es geht zu helfen das sollte aber auch schon von diesem echt kurzen video gewesen sein ja ich hoffe euch hat dieses video so weit gefallen wenn ja zeigt mir doch mit einem like und mit einem abo ja würde mich auf jeden fall sehr sehr freuen kurz geht raus an jeden der es macht ja wir sehen uns dann im nächsten video oder im nächsten live stream wieder bleibt gesund und ciao